Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach. Ich gebe Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Und heute möchte ich euch mit einer Grundlage des Selbstmanagements vertraut machen und euch diese nochmal erklären und näher bringen. Als ich vor über 20 Jahren, ist das mittlerweile her, meine erste Stelle als Geschäftsführer angetreten habe, wollte ich alles besonders gut machen. Ich habe wirklich rund um die Uhr gearbeitet, 70 bis 80 Stunden die Woche, war keine Seltenheit. Das ging nicht lange gut, meine Familie forderte zu Recht ihre Zeitmarkt. Meine Frau hat gesagt, mal Lars, das geht so nicht weiter. Und da wurde mir klar, ich muss mich mit Selbstmanagement beschäftigen und da fiel mir dann das Buch Getting Things Done von David Allen in die Ende. Ich habe das seitdem vier, fünf Mal gelesen, mindestens. Und die wichtigste Sache, die damals wirklich mir richtig zu Herzen genommen hat und die vieles bei mir verändert hat, ist die Zwei-Minuten-Regel. Und die möchte ich euch heute kurz erklären und auch nochmal wärmstens ans Herz legen. Ja, was sagt die Zwei-Minuten-Regel? Die Zwei-Minuten-Regel sagt, alles was du innerhalb von zwei Minuten oder weniger erledigen kannst, mach es sofort. Also bevor du die Sache irgendwo niederschreibst, festhältst, in Taskmanager aufnimmst. Wenn es zwei Minuten oder weniger braucht, mach es direkt. Was kann das sein? Ja, wenn du während deiner E-Mail-Zeit in deinen E-Mail-Eingangskorb guckst und hast da E-Mails drin, die du in weniger als zwei Minuten beantworten kannst und seien sie noch so unwichtig, mach es einfach. Sofort loslegen, gar nicht groß nachdenken, direkt beantworten. Du guckst irgendwann auf dein Handy, siehst, da sind WhatsApp-Nachrichten reingekommen, iMessages reingekommen. Jetzt musst du darauf reagieren. Und das sind ja meistens Sachen, die grundsätzlich weniger als zwei Minuten brauchen. Sofort machen, gar nicht erst drin rumliegen lassen, direkt beantworten. Weil du kriegst die Sachen sofort aus deinem Kopf und nimmst sie gar nicht erst auf. Und das gilt wirklich für alles und auch für unwichtige Dinge. Also nicht sagen, das ist mir unwichtig, ich lasse es erst mal liegen. Wenn es zwei Minuten nur oder weniger in Anspruch nimmt, sofort tun. Und ihr werdet sehen, dadurch wird euer Kopf viel, viel freier. Ihr bekommt alles raus aus dem Kopf und ihr legt direkt los. Ihr kommt sofort ins Tun. Und wenn du nur Aufgabe kriegst, die zwei Minuten oder mehr braucht, dann kannst du sie natürlich im Taskmanager erfassen. Aber alles, was da drunter ist, sofort erledigen. Und das ändert bei euch wirklich alles im Selbstmanagement. Glaubt mir, bei mir hat es wirklich einen riesen Unterschied gemacht. Und heutzutage ohne die Zwei-Minuten-Regel könnte ich gar nicht mehr hier zurechtkommen in meiner Agentur oder in meinem ganzen Job, den ich so mache. Ja, also werdet euch noch mal bewusst, was die Zwei-Minuten-Regel ist und wendet sie mal ganz konsequent an in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Und stellt mal fest, wie frei euer Kopf dadurch wird. Ja, wenn ihr Fragen zu Selbstmanagement oder zu der Zwei-Minuten-Regel habt, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an frag-laas-at-laas-bobach.de oder natürlich hier einen Kommentar auf YouTube oder auf meinem Blog hinterlassen. Und wenn ich dann mal in der Frag-Laas-Folge darauf eingehen soll, einfach mit dem Hashtag Frag-Laas. Ich freue mich auf euch und wünsche euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao!